Guten Morgen. Ist Maxi Mittelstädt genau der richtige Linksverteidiger für die deutsche Nationalmannschaft? Hören Sie hierzu einen Kommentar von Max Dinkelacker, Hertha-Fan. Bis gleich. Guten Morgen, Max. Morgen. Das klang so ein bisschen süffisant. Was? Als würdest du jetzt erwarten, dass ich mich über Maxi Mittelstädts Entwicklung aufrege? Naja, ich könnte mir schon vorstellen, dass du vielleicht das ein oder andere Mal in den letzten zwölf Monaten da vorm Fernseher gesessen hast und gedacht hast, wer ist das? Wieso trägt er den Namen des Linksverteidigers, der auf fünf Jahre bei uns war? Wieso sieht er genauso aus? Warum spielt er völlig anders Fußball? Also erstmal, ich gönne ihm alles. Von Herzen, ernsthaft, ich gönne ihm alles. Er hat sich bei Hertha nie was zu Schulden kommen lassen. Wirkte halt immer so ein bisschen, es wirkte eigentlich halt einfach alles unglücklich. Also er hatte ja auch, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich diese Form von Entwicklung vorher gesehen habe, habe ich überhaupt gar nicht. Aber er hatte schon auch innerhalb von Spielen immer mal wieder so Phasen. Er hat immer mal zehn Minuten, wo du gedacht hast, alter, technisch sauber, total dynamisch. Das fällt natürlich auch auf. Richtige Wege, das fiel bei Hertha natürlich noch toller auf. Aber innerhalb von 90 Minuten, dann hat er in der Regel halt trotzdem am Ende wieder einen Elfmeter verschuldet, hat traurig geguckt, hat angefangen zu regnen, dann hat Hertha den Trainer rausgeworfen. So lief es halt eigentlich die ganze Zeit. Ich meine, du hast ja oft, das hast du ja nicht nur bei Hertha, das Phänomen, dass Talente sich erst so richtig entfalten können, wenn sie mal ihren eigentlichen Verein verlassen haben, wo sie vielleicht auch diesen Status nie richtig loswerden aus der eigenen Jugend. Den können wir ein bisschen hinten anstellen, da müssen wir nicht so oft die Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Ja, der kriegt die Rückennummer 17, ist dann auch nicht so wichtig. Er kriegt auch nicht das gleiche Geld wie der Linksverteidiger, den wir neu holen, obwohl er schlechter ist, so. Das ist ja eine Geschichte, die man aus Berlin, aus dieser Generation Kevin, Prinz Boateng, Ashkan Dejaga, aus diesen Kreisen immer wieder gehört hat. Aber ich glaube, so geht es auch anderen Vereinen. Aber dass er so raketenmäßig durchstartet, klar, habe ich nicht geahnt. Und jeder, der behauptet, er hätte es vorhergesehen, weil er irgendwelche F-Brev oder wie die Seite heißt, Statistiken durchforstet hat, kann mich mal im Hintern lecken. Womit dann schon mal klar ist, wo die Latte heute angesetzt ist, das ist doch schön. Nein, aber ich freue mich, also es ist ja, und das muss man ja sagen, es ist nicht, es ist jetzt auch kein völliger Zufall. Also so wie er sich freigeschwommen hat gegen Frankreich, nachdem die Anfangsphase schon wackelig war und er wirklich Probleme hatte und du so das Gefühl hattest, hoffentlich bricht er jetzt auch selbstbewusstseinsmäßig nicht in sich zusammen, hat er ja eine bombastische zweite Halbzeit gespielt. Und das war jetzt ja, war ja jetzt noch quasi schlimmer, weil er halt einfach ein Gegentor mit verschuldet hat. Hat er schon, also Tah sieht auch nicht so ganz glücklich aus. Tah sieht nicht so gut aus, man kann danach schon auch, also es ist ja nicht so, dass er den Ball passt und der Stürmer läuft alleine aufs Tor zu, sondern es gibt schon noch ein, zwei Gelegenheiten, wo man vielleicht mit ein bisschen mehr Glück die Sache hätte ausbügeln können. Für ihn ist halt nicht passiert, scheiße gelaufen, nach vier Minuten 1-0 hinten und du bist schuld, mehr oder weniger. Kurze Frage, hättest du nach der ganzen Kuchengeschichte Fährmann so ein Comeback nochmal zugetraut? Ja, hat mich auch überrascht. Ja Mist, hätte ich mal gestern im Ticker drauf kommen sollen, auf die Nummer. Aber jedenfalls war das ja wieder so ein Moment, wo du denkst, okay, der Maxi Mittelstädt bei Hertha, da würden jetzt die Schultern runtergehen. Warum auch nicht? Völlig logisch, menschlich verständlich, wenn es so doof läuft und eh eigentlich alles immer gegen dich sich verschworen hat gefühlt. Aber fünf Minuten später nagelt er halt mit allem Selbstbewusstsein dieser Welt und auch eben technisch, aber deswegen meine ich es nicht zufällig. Es ist ja nicht so, dass dem das Ding abrutscht und du denkst, der will eigentlich rechts flach schießen und dann geht er hoch links rein, sondern er will ihn da genau dorthin setzen und zieht ab und hat in der zweiten Halbzeit ja nochmal einen Abschluss, der sehr gefährlich kommt, wo du halt merkst, er kann schon schießen. Aber dass er quasi auch das nötige Selbstvertrauen hat und offenbar auch das Vertrauen seiner Mitspieler, weil ich sag mal so, wenn das jetzt Plattenhardt gewesen wäre, der Ball von Musiala wäre nicht zu ihm gegangen. Wenn wir uns ans WM-Spiel gegen Mexiko erinnern, wo Deutschland wirklich gekonnt um Plattenhardt rumgespielt hat. Das war ja so geil. Und Mittelstädt bekommt den Ball, weil offenbar die Leute aus dem Training erkannt haben, okay, das funktioniert schon und ja, wie gesagt, ich gönne es ihm sehr. Ja, ich muss auch sagen, Maxi Mittelstädt, also du bist nicht der Einzige jetzt als Hertha-Fan, der sich vielleicht ein bisschen veralbert vorgekommen ist, das ein oder andere Mal. Auch mich hat er wirklich komplett reingelegt, nachdem ich einen billigen Gag bei Twitter bei X gemacht hatte nach dem Gegentor. Achso, ja, ja, hab ich gesehen, hab ich mich gefreut, weil genau das war ich beim Gegentor. Genau, also das DiCaprio-Meme, wo er auf den Fernseher guckt und Hertha-Fans, wenn sie den Fehler sehen. Und dann macht er sechs Minuten später dieses Tor. Und ich sag mal so, Freunde, ne? Also das eine ist ja, dass man bei Twitter einen Gag macht über einen Fußballspieler. Aber wie viele unter diesem Tweet, den ersten Tweet, dann direkt geschrieben haben. Jo. Nach dem Motto, nee, die hat runtergeschrieben, nachdem Mittelstädt dann das Tor gemacht hat. Achso, die Häme dann. Die Häme dann, mir gegenüber. Ja. Das merke ich mir. Darüber spricht keiner, ne? So. Die kommen auch kostenlos für euch da draußen. Aber okay, weiß ich Bescheid. Ja, also ich finde einfach erstaunlich zu sehen, was A, Selbstvertrauen, B, die richtigen Anweisungen, vielleicht für dich individuell, aber auch die richtigen Anweisungen für eine Mannschaft ausmachen. Das siehst du ja eben bei Stuttgart, wo gefühlt jeder genau weiß, was er zu tun hat. Und man auch, und das ist, finde ich, so der Hauptunterschied. Als Linksverteidiger bist du natürlich schon darauf angewiesen, wie läuft das Spiel der Mannschaft mit Ball generell. Weil oft bei Hertha war die Situation halt so, er hat den Ball bekommen und es war schon im Prinzip alles zu. Im Zentrum war flach, nix frei, du musstest den Ball irgendwie lang schlagen oder versuchen selber ins Eins gegen Eins zu gehen. Es waren einfach selten Situationen, wo man wirklich glänzen konnte. Das kann man schon so sagen. Und bei Stuttgart ist das alles so, wie sagen wir, ist das alles so im Fluss, dass man gefühlt auch, oder eher gefühlt selten in eine Situation kommt, wo er direkt bei Annahme schon so super unter Druck ist. Und selbst wenn, weiß er schon genau, was er macht und hat deswegen irgendwie gedanklich den Mini-Vorsprung, der dann reicht auf dem Niveau, um es weiterzuspielen. Und das gleiche Gefühl hast du dann schon auch in der Nationalmannschaft in den letzten beiden Spielen gehabt. Und es ist einfach krass zu sehen, wie der gleiche Spieler, weil bestimmt hat er sich auch individuell ein bisschen verbessert, aber so die harten Fertigkeiten, den Ball annehmen, den Ball passen, das hat er ziemlich sicher auch in Berlin schon gekonnt, theoretisch. Aber dass man das jetzt so quasi zur Geltung bringt, das ist schon, ist einfach krass. Stimmt. Weißt du, was ich mir immer denke? Nein. Wenn denn Sepp Hoeneß mal mich hier mal so geformt hätte. Das stimmt natürlich. Ich meine, du hast ja auch alles mitgebracht. Ball passen, Ball schießen, das war ja nie das Problem. Ja, und ich meine, ich sag mal so, 18 kmh Spitze habe ich auch. Ja, ich meine, 18 kmh Spitze, ja. Ich meine, gerade auch in der Landesliga, ne, da hattest du gar nicht die Räume, die du gebraucht hättest. Ja, eben. Ja. Es lag auch viel an deinen Mitspielern, hatte ich immer den Eindruck. Du, absolut. Was ich dich jetzt trotzdem fragen muss, ist, warum zeigst du der ganzen Welt, dass du Hertha-Gelb bist? Weiß ich auch nicht. Dachte ich mir mal. Okay. Achso, nee, genau, genau. Ich hatte das Gedankenstütze. Ah. Weil, äh, ehrlicherweise, ist es ja nicht nur so, dass ich, äh, Maxi Mittelstädtes gönne. Ja. Sondern, äh, indirekt würde ich schon auch sagen, wir sind auch familiär miteinander verbandelt, ne. Ach. Er ist der Schirmherr. Oder war er das? Nach wie vor, ich weiß es nicht, auf der Urkunde steht noch nach wie vor Schirmherr, die wurde jetzt nicht nachträglich bearbeitet, ist immer noch der Schirmherr, der Hertha BSC Kiddies. Okay. Und somit auch nach wie vor eine Art Patenonkel von meinem Sohn. Ah. Deswegen, das bleibt in der Familie. Okay. Und, äh, wir haben ja sogar eine Doppelmitgliedschaft. Was? Weshalb sich meine, äh, die Mutter meines Sohnes, äh, mich eins fragt. Also, wir haben im Freundeskreis so eine Art Tradition, dass sobald ein Kind geboren wird, meldet irgendeiner aus dem Freundeskreis das Kind, äh, bei Hertha an. Als Mitglied, als Vereinsmitglied. Okay, okay. Was den Vorteil hat, die ersten sechs Jahre ist, die Mitgliedschaft kostenlos. Ja. Das ist ein super Geschenk. Und, ähm, bei, in meinem Fall haben das offenbar zwei Leute parallel gemacht, ohne miteinander zu sprechen. Deswegen hat, äh, mein Sohn zwei Mitgliedschaften. Ah. Deswegen meine, äh, Freundin irgendwann meinte, weil auf dieser Urkunde, kriegst dann so eine Urkunde, steht eben drauf, der und der Name, Mitglied Hertha Biers, Zierkidis, Schirmherr, Maxi Mittelstädter. Und irgendwann meinte sie so, ey, sag mal, warum dieser Sachbearbeiter von Hertha, ja, der hat ja die Mitgliedschaften betreut, dieser Mittelstädt. Ey, muss das doch aufgefallen sein, dass innerhalb von einer Woche zweimal das gleiche Kind angemeldet wird. Zumal man sagen muss, äh, dein Sohn, äh, hat jetzt auch, auch einen Namen, wo man vielleicht, also, was hast du gegen, äh, Joel, Steven, CJ? So, völlig gängiger Name. Also, machen wir weiter, zu viel Privates, zu viel Interna. So, Deutschland gewinnt gegen Holland, wie fandst du das Spiel? Ähm, ja, war, war okay, würde ich ehrlich, ehrlich gesagt sagen. Also, ähm, ich glaube, man hätte sich nicht komplett beschweren dürfen, wenn das Spiel auch in die, in die andere Richtung geht. Ging's aber nicht. Ja. Das ist ja auch etwas, was man, äh, also ich meine, der Faktor Glück wird im Fußball wahrscheinlich zu oft zu Rate gezogen. Und oft auch dann, wenn man nicht weiß, wie man sich sonst weiterhelfen soll, um ein Ergebnis zu erklären. Aber in dem Fall, gerade, ähm, ich meine, ey, allein dieses Traumtor von Maxi Mittelstädt, seien wir ganz ehrlich, vor einem halben Jahr, wäre der irgendwo Mittelrang, äh, in der Frankfurter Arena gelandet, der Ball. Oder einfach Pfosten raus. Oder sowas. Und das Tor von, von Füllkrug, natürlich, wären es ja die entscheidenden dreieinhalb Millimeter weiter vorne gewesen, sodass der Ball natürlich nicht drin gewesen wäre. Ja. So, dann hätte man 1-0 verloren. Ähm, aber, deutsche Mannschaft hat sich so ein bisschen dieses Glück zurück erkämpft. Und das ist so erstmal eine ganz schöne Sache. Viel wichtiger irgendwie für mich, dass, äh, die, dieses Korsett der Nationalmannschaft zumindest steht. Also man hat nicht den Eindruck, dass da noch viel dran gewackelt wird. Und das finde ich erstmal ganz gut. Naja, und prinzipiell hat man das Gefühl, und das ist ja zum ersten Mal seit 2016, vielleicht sogar, äh, seit 2014, alles, was in den letzten 10 Tagen vom DFB, Slash, dem Aushängeschild des DFBs, der Nationalmannschaft gemacht, nach außen getragen, innen verarbeitet wurde, hat funktioniert. Alles hat geklappt. Es hätte, es hätte, es hätte die letzten 10 Tage Länderspielpause hätten aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft nicht besser laufen können. Und das muss man ja auch sagen, obwohl es so viele Themen gab, über die die deutsche Nationalmannschaft normalerweise... Gestäubert wäre. ...in jeder Hinsicht gestäubert wäre. Also, Ausrüsterwechsel, Adidas Nike, finde ich, auch wenn es gewisse Stimmen aus der Politik gab, die das irgendwie schlecht fanden, äh... Aber die waren ja dezent, ne? Die waren ja dezent, die waren gut informiert, wohltemperiert, die waren mit der gewissen, sag ich mal, Seriosität auch vorgetragen. Deswegen, ja. Ähm, auch da hat irgendwie der DFB sich einen guten Fuß gemacht, sag mal, einen guten schlanken Fuß. Ja, aber schlanker Fuß passt hin. Hat eine gute Figur gemacht. Eine gute Figur abgegeben, ja. Ja. Ähm, und hat das irgendwie gut wegmoderiert und zumindest die Leute, die sich kurz mit der Thematik befasst haben, haben dann auch gemerkt, naja gut, also, so schön das immer war mit den drei Streifen und Traditionen hin und her, ist halt einfach wahnsinnig viel Geld. Und das kannst du niemandem im Verband vorwerfen, dass er das Geld nicht mitnimmt, um damit ja am Ende auch einfach Verbandsarbeit zu machen. Bestimmt bekommen davon auch von diesen 100 Millionen gewisse Leute ein bisschen was ab, wo man dann am Ende sich fragt, okay, muss der dritte Vorsitzende des DFB dieses Tagungsgeld wirklich bekommen? Aber am Ende werden damit halt eben auch... Das Hansi Flick wieder für 5000 Euro Wodka trinken, äh, auf Verlustreise. Gut, aber dann wird es wenigstens bezahlt. Ja. Ähm, Thema Lustreisen, völlig vergessen, ne? Das hat man wirklich, ja. Ja, ja. Okay, weiter. Gut, weiter. Ähm, sorry. Das habe ich nicht rausgebracht. Also, die Themen des DFBs, über die sie normalerweise gestolpert werden, haben sie... Auch die Major-Tom-Geschichte. Genau. Also, klar, das wäre natürlich komplett in die Hose gegangen. Normalerweise hätten sie mit irgendeiner absolut, mit einer völlig, von der Ansprache her, im Ton völlig vermessenen Reaktion das einfach abgeblockt. Genau. Tippe ich mal. Ja. Ja, einfach auf die UEFA-Fahrer. Können wir eigentlich einen Tipps gehen machen, ne? So, wie hätten sie, wie wären sie am ehesten ins Fettnäpfchen gelaufen? Da ist dann die Sache mit dem Trikot selbst. Da hättest du, da hättest du normalerweise, hättest du da irgendeinen, irgendeinen B-Nationalspieler... Normalerweise hätte Föller gesagt, und das wäre noch auf irgendeinem Tonmitschnitt in der Mix-Song gewesen, ja, jetzt mal unter uns. So ein Weiber-Trikot fähig auch nicht gut, ne? Aber irgendwie so, sowas wäre normalerweise rausgekommen, auch das haben sie diesmal auf die Reihe bekommen. Ja, gut. Spielerisch sowieso. Normalerweise die Sache, dass so viele Neue dabei sind, so viele Leute, die quasi rein durch Form sich da reingearbeitet haben und überhaupt nicht durch Namen, die hätten natürlich alle, denen wäre in Frankreich normalerweise völlig die Grenzen aufgezeigt worden. Absolut. Toni Kroos nach fünf Minuten ganz fieser Muskelfaseres. Oder Toni Kroos gegen Frankreich, 18 Mal überlaufen von seinen Mitspielern aus Madrid im Mittelfeld. Dann die eine Grätsche, die er macht, kommt da viel zu spät, sieht dunkelgelb, muss direkt ausgewechselt werden. Scheiß danach irgendein Mitspieler völlig zusammen, der eh noch keinen Status hat. Mittelstädt zum Beispiel im Internet wirft den völlig vor den Bus nach dem Spiel. Komplett. Komplett. Ja. Stattdessen so. Stattdessen so. Auch Mittelstädt zum Beispiel gegen Frankreich. Natürlich wäre das normalerweise ein Eigentor gewesen. Das ist ja völlig klar. Ja. Absolut. Deswegen, man reibt sich die Augen verwundert. Also was ich zu dem Spiel gestern, wir haben ja noch überhaupt nicht über Major Tom selber geredet. Erstmal, kennt irgendjemand zufällig den DFB-Stadion-Regie-Verantwortlichen? Warum einmal Major Tom und beim 2 zu 1 nicht mehr? Also ich habe nur gelesen, dass der DFB im Vorfeld gesagt hatte, also es sollte Major Tom laufen als Torhymne, aber nicht, wenn es sich um einen Ehrentreffer handelt. Also die hatten im Vorfeld schon gesagt, also die hatten im Vorfeld schon gesagt, so arrogant sind wir jetzt schon, 2-1 gegen das Ergebnis. Und ich könnte mir nur vorstellen, dass es vielleicht irgendwie auch so eine Absprache gab, dass man gesagt hat, oder dass der Stadionsprecher, derjenige, der den Knopf drückt, in dem Moment gedacht hat, weil es war ja ein Tor, bei dem kurzfristig nicht klar war, ob es denn überhaupt gegeben wird. Und dann wurde ja auch so ein bisschen anders gejubelt, wie es so nach einer VR-Entscheidung geht. Und dass man dann eben gedacht hat, ja nee, jetzt wirkt es vielleicht zu inszeniert, kann man kaum glauben, nach der geringen Aufregung. Und das war auch das wieder richtig feinfühlig. Und dann hat man gesagt, komm natürlich, das alte Ding. Kann natürlich auch sein, dass der DFB gesagt hat, okay, jetzt hattet ihr euren Spaß, gut gewesen. Und ab jetzt läuft wieder der alte Mix. Gibt es da irgendwelche Verträge mit den Interpreten der Songs? Also dass vielleicht auch die Leute von Zombie Nation sich einschalten und sagen, Moment mal hier. Uns wurde eine EM versprochen. Kann natürlich sein. Naja, wie fandst du es denn dann, als es lief als Torhymne? Es gab ja Stimmen, die gesagt haben, eher so ein bisschen Underwhelming. Und auch so ein bisschen dieses, okay, wenn es jetzt der DFB macht, ist es auch nicht mehr cool. So ein bisschen wie, habe ich im Ticker gestern geschrieben, so ein bisschen wie, als die Eltern sich bei Facebook angemeldet haben und du so dachtest, okay, jetzt reicht es irgendwie auch. Oder also, also erstmal zur Stimmung. Ich fand es natürlich fantastisch. Holland, also Deutschland, die deutschen Fans vor dem Spiel machen Stimmung. Das Lied läuft das allererste Mal. Man sieht direkt, wie Thomas Müller mitsingt. Alles ist drauf eingestellt auf einen schönen Fußballabend. Nach drei Minuten macht Holland das Tor natürlich gleich als erstes Pfiffe. Da wusste ich so, okay, wir sind zurück. Ja, aber vielleicht machen die ja auch gegen die Holländer hier richtet, oder? Ach so, nach dem Motto, sowas macht man nicht. Wir sind hier kurz von der Heim-EM. Sag mal, was fällt euch eigentlich an? Wir tätlos. Und dann muss ich sagen, als das Tor fiel und die Musik einsetzte und ich habe es am Fernseher gesehen, habe ich gedacht, kommt nicht so gut rüber, wie ich dachte. Kommt nicht so gut rüber. Aber ich habe mit Leuten gesprochen, die im Stadion waren und die meinten, es war fantastisch. Im Stadion selber muss es wirklich geil gewesen sein. Und das kann ich mir auch vorstellen, weil man hatte dann auch im Nachgang, ich sage mal so, die eine oder andere Laola-Welle gab es dann auch direkt in der 13. Minute, was natürlich passend war zu den Pfiffen, 10 Minuten vorher. Da kann man nicht davon sagen, dass es zur emotionalen Achterbahnfahrt kam, dass der eine oder andere vielleicht ein bisschen übertreibt. Aber typisch deutsch, oder? Typisch deutsch, so richtig Feuer drin die ganze Zeit noch in die eine wie die andere Richtung. Ja, und von daher muss man sagen, offensichtlich hat es ja im Stadion selber funktioniert. Die Leute waren ganz gut angezündet und dann wegen meiner, sollen sie machen. Ja, und man hat auch, ich habe es ja dann diverse Male in der Wiederholung auch gesehen, man hörte dann schon, dass als alle kapiert hatten, welches Lied läuft, wurde schon ordentlich mitgegrillt. So ist es nicht. Und ich glaube, es ist ja, aller Anfang ist schwer. Man muss sich natürlich auch in sowas erstmal reinhören, wenn das plötzlich im Stadion als Tor Musik läuft. Und ich glaube schon, dass das, das kann knallen. Also mal angenommen, die spielen halbwegs erfolgreich, dass in der Vorrunde häufiger mal ein Tor fällt und sie Spiele gewinnen. Während der EM dürfen sie aber nicht. Ja, das ist die Frage. Bislang stellt sich die UEFA ja quer, aber ich glaube, es gibt schon Sachen, wo so ein Verband wie der DFB dann auch mal die Muskeln spielen lassen könnte. Und wenn es die nicht die One-Love-Binde ist, dann vielleicht, dass man sich die eigene Tor-Musik raussucht bei einer Heim-EM. Ja, vielleicht. Mal gucken. Also ich glaube, dass der DFB zumindest gut beraten wäre, diesen Song jetzt mit etwas weniger Aufregung dann auch einfach weiter spielen lässt, weil die Leute scheinen es ja zu feiern. Und das war ja auch, wir könnten noch sehr über den Ursprung dieser Idee hier sprechen, aber das lassen wir vielleicht mal. War dein oder was? Nee, 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 nee. Nein. Nee. Aber es war schon interessant zu sehen, wie so eine, sag ich mal, vorsichtig formulierte Idee gekapert wird und wie man dann einfach sieht, wie dieses ganze Thema, sag ich mal, größer gemacht wird und wie plötzlich einfach jeder drauf eingeht. Das war einfach interessant zu sehen. Und ich sag mal ganz ehrlich, es hatte halt eben diesen Effekt, muss ich als neutraler Beobachter dann irgendwie sagen, dass man dachte, boah, irgendwie ist es zu viel Thema. Und ich glaube, gestern gab es dann auch die Situation in der Mixzone nach dem Spiel, dass Thomas Müller nochmal drauf angesprochen wurde und er wirklich genervt war und meinte, ey Leute. Schon wieder zu viel Ablenkung jetzt. War jetzt wirklich so, na, war einfach so ein bisschen so, ey, wir haben gerade 2-1 gegen Holland gespielt, wollen wir Fragen zum Fußball beantworten. So und ganz ehrlich, mir wurde das Thema. Ja, aber wenn das jetzt schon, wenn das jetzt aktuell die kitzeligsten Themen sind, die ein Nationalspieler zu beantworten hat, dann spricht auch das dafür, dass die letzten 10 Tage extrem erfolgreich liefen. Das stimmt. Ein Wort noch vielleicht, ich meine, es war ja die Premiere auch fürs Trikot, angezogen mit Hose zusammen, fand ich es tatsächlich auch ziemlich cool. Ich fand nur in der Kombination mit Holland, das ging halt echt nicht klar, ey. Dann hast du da Grün, Orange, Lila und Pink, das war schon irgendwie, also das war mir ein bisschen viel. Ich glaube, ehrlicherweise, das wäre jetzt mal eine gute Schwarmintelligenz und Kollektivgedächtnisaufgabe. Also, ich glaube, ich habe noch nie eine derartige Kombination auf dem Fußballplatz gesehen im Fernsehen. Also, auch jetzt nicht beim Selberspielen, aber Orange gegen Lila und Pink. Würde ich gerne mal irgendein Archivbild von irgendwen präsentiert bekommen. Du müsstest ja eigentlich einmal durchgehen, gegen wen hat Inter Miami schon so gespielt. Gibt es da Teams, die... Was haben denn die San Jose... FC Cincinnati zum Beispiel hat Orange im Vereinslogo. Oder könnte es sein, dass die vielleicht mal mit einem Ausweich, mit einem Away-Trikot gespielt haben. Grobber, da warst du doch wahrscheinlich hoppen, oder? Und der FC Barcelona hat ja eine Zeit lang auch in diesen Pink... Ja, die hatten auch mal so ein pinkes Trikot. Vielleicht gibt es da irgendwo, weiß ich nicht, Cadiz oder so. Aber ich finde, es ist auch irgendwie so gar nicht... Also, ich meine, das Trikot, muss man dazu sagen, das macht es schon schwer für die gegnerische Mannschaft, weil es halt super dunkel ist. Dazu was Passendes zu finden. Naja, genau, du kannst, wenn du jetzt mit Schwarz spielst, ist Hosen und Stutzen für den Schiedsrichter schwer. Ja. Wenn du in Weiß spielst, ist oben ein bisschen heller, ne? Na, wobei, Weiß müsste schon funktionieren. Also, komplett Weiß müsste funktionieren. Aber Rot zum Beispiel mit diesem... Ist auch nicht ganz einfach. Rot geht gar nicht, Blau geht nicht. Mhm. Jetzt über... Ja. Naja, so viel dazu. Felix Robber kennt die Antwort. Ja klar, in der Ballers League sind die doch alle entweder Orange oder Pink, oder? Dann... Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Zurecht. Das will ich jetzt aber auch nicht zählen lassen. Tja. Ähm... Oh, hier steht gerade Barca gegen Atletico. Orange? Wer war dann Orange? Na, wenn dann... War Barcelona Orange. Wenn dann Atletico war dann... Hatte Atletico mal orange eine... Also, Barcelona hatte ja mal richtig orange Trikots, ne? Ja, aber hatte... Doch, Atletico hat so blau-pinke Dinger mal gehabt. Oder hat sie vielleicht sogar. Aber dann gerne mal ein Foto. Ja. Gerne mal einen Link zu einem Foto. Das würde mich auch wirklich interessieren. Gerne mal eins einfach hier rein faxen. Gut. So. Ansonsten müssen wir noch über einzelne Spieler reden. Also ich meine... Oder beziehungsweise einmal vielleicht noch kurz über den Rasen sprechen. Im Sommer bitte den... Was auch immer man da anders machen muss. Drainage. Ja. Keine Ahnung. Ich meine ganz ehrlich, liebe Frankfurter, ruft einfach mal in Saarbrücken an. Ist nicht weit. Lasst euch da mal beraten. Das ist ja wohl nicht so schwer. Ja. Also es war schon auffallend, dass wirklich ja ausnahmslos alle weggerutscht sind. Nicht nur Musiala, bei dem es am häufigsten passiert ist, weil der einfach, glaube ich, die explosivsten... Weil der sich einfach sehr... Weil der sich einfach... Weil der sich einfach... Weil der sich extrem oft die Richtung wechselt. Aber auch alle anderen... Ich meine, der einzige, glaube ich, der nie ungefähr ist, ist groß. Aber bei dem... Weißt du auch, der ist auch... Der macht jetzt nicht so die ganz explosiven Wendungen und Haken. Aber das war... Ich habe das... Ich frage mich aber ehrlicherweise, wie kann sowas auf dem Niveau passieren? Also du merkst doch beim Aufwärmen, okay, es ist seifig. Packst du da nicht? Also gibt es da nicht irgendwie genug Stollen, die lang genug sind, dass man dann nicht die ganze Zeit grätscht? Oder machen das vielleicht Leute nicht, weil sie Angst haben, sich zu verletzen? Oder... Boah, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das einen Zusammenhang hat, mit der Rasenkürze, die es ja so auf Amateursportplätzen zum Beispiel meistens nicht gibt. Also die Fußballplätze in Profistadien sind ja irgendwie... Da sind die Rasenhalme wirklich extrem kurz. Ja. Und dazu hast du dann immer die übermotivierten Greenkeeper, die nochmal wässern und nochmal wässern und nochmal wässern. Was aber vielleicht den Rasen selber sehr, sehr rutschig macht. Dem Boden aber nicht so aufweicht wie dein Amateursportplatz, der irgendwie drei Tage im Regen stand. Und das ist das vielleicht zum Problem. Das ist jetzt einfach nur eine erste Idee. Haben wir Botaniker hier im Publikum? Landschaftsbauer oder so? Würde mich interessieren, wenn das jemand weiß. Ansonsten habe ich mal vor Ewigkeiten, ich habe mal ein Interview geführt mit einem derjenigen, der für die Rasenplätze in den meisten Stadien in Europa zuständig war. Es gibt so verschiedene Firmen in der Nähe von Belgien im Rheinland, die sehr, sehr viel mit Fußballrasen machen. Okay. Und da gibt es, also das ist eine Wissenschaft für sich, wie du den perfekten Rasen für einen Fußballplatz herstellst. Das ist super interessant. Ja. Weil der Boden muss genau stimmen. Da gibt es unterschiedliche Mischungen des Bodens. Ja. Je nachdem, in welcher Region der Rasen dann wieder angepflanzt wird. Naja, die wissen auf jeden Fall, warum der gestern rutschig war. So viel dazu. Okay. Ja, würde mich auch mal interessieren. Aber es war schon sehr auffallend. Kollege Rack hat ja mal eine kleine Ausbildung als Greenkeeper gemacht. Der war ja mal beim Greenkeeper-Lehrgang. Ja, wirklich? Ja. Aber um sich ein zweites Standbein aufzubauen oder als Geschichte? Als Geschichte. Es gab eine schöne Reportage in Elf Freunde. Ich würde mal so schätzen 112, also Ausgabe 112. Ja, das jetzt stimmt. Du bist ja der neue Kirschneck. Ja, exakt. Muss man dazu sagen, Kirschneck ist jahrelang hier CVD gewesen. Leider nicht mehr da. Der hättest du dir einfach so sagen können. Jede Geschichte mit Seitenzahl und Heftnummer natürlich im Kopf parat. Natürlich. So, okay. Dann haben wir die Trikotfrage geklärt. Müssen wir Gündunger noch anschneiden. Im Prinzip gibt es nichts Neues. Auch das Spiel gestern war von ihm nicht sonderlich glücklich, nicht sonderlich überzeugend. Muss man beobachten. Muss man beobachten. Ich meine, Leroy Sané, eins fehlt da noch gesperrt? Ja. Oder? Also eins von den beiden Spielen, die es noch vor der EM gibt. Clever vom DFB, noch zwei Testspiele anzusetzen. Ja. Die super ärgerlich wäre das denn eigentlich, wenn er so eine Fünf-Spiel-Sperre hätte man sagen können. Machen wir noch eins gegen die U21. So genau. Das hätte mich jetzt auch interessiert, bevor er dann so die ganze Gruppenphase. Ja, schon interessant. Dürfte man während einer EM noch ein Testspiel zwischenschieben? Gibt es das vielleicht eine Art, ist das ein Loophole, um die UEFA an der Nase herum zu führen? Tja, auch da, heute werden viele Fragen gestellt und wenige beantwortet, muss man ganz ehrlich mal so sagen. Sind die Pflichtspielsperren nicht auch andere als Testspielsperren? Oder, also, ich weiß es wirklich nicht. Aber er fehlt ja auf keinen Fall, das erste Gruppenspiel fehlt er nicht, das hätte ich jetzt, glaube ich, mitbekommen. Ja, aber auch wenn er noch länger gespielt wäre, dass das dann quasi erst nach den Testspielen nach der EM-Schwarm-Intelligenz bitte gerne in die Kommentare dann. Naja, aber er ist ja ganz, also es waren ja jetzt auch nur Testspiele und da hat er jetzt ja zweimal gesperrt gefehlt. Oder weil er auch in einem Testspiel gesperrt wurde. Ach, deswegen. Ich kann mich nur wiederholen, hier werden eine Menge Fragen gestellt und wenige beantwortet. Ich weiß nicht, ob wir als Service-Magazin elf Freunde das so beibehalten wollen. Nee, ich fühle mich in der Rolle wohl. Weißt du, man muss auch transparent sein und nicht so tun, als würde man alles wissen. Das merken die Leute, die Zuschauer sind ja nicht dumm. Na gut. So, wir haken damit Deutschland ab. Okay, okay. Das ist ein Satz. Auch da kann es Protest von Markus Söder geben. Wir haken Deutschland ab. Eh alles verloren oder alles gewonnen. Schauen wir mal. Aber wir wollen nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist natürlich auch andere Nationalmannschaften gestern gab, für die es um deutlich mehr sogar noch ging, die um ihr EM-Ticket gekämpft haben. Wir machen es kurz Polen, dank eines gehaltenen Elfmeters von Szczny, bei dem ich mich echt immer frage. Wie lange willst du eigentlich noch im Tor stehen? Also gefühlt, wie alt ist Szczny und mal noch eine Frage einzeln? 36. 36, ich hätte jetzt auch irgendwas in die Richtung getippt, aber gefühlt gibt es den. Andere Frage, wie wird Szczny geschrieben? S-Z-Z-Z-D. Guck mal, das ist nämlich das Ding. Der ist 33 und Szczny ist so einer der Spieler, bei dem ich das Gefühl habe, den gibt es wirklich schon immer. Den gibt es im Prinzip. Aber den gibt es erst seit 2009. Ja. Wirklich jetzt. Also der stand 2009 das erste Mal bei Arsenal im Tor. Das ist immerhin 15 Jahre her, der war dann halt auch arschjung. Wenn er jetzt erst 33 ist, dann war er 18. Krass. Aber trotzdem, der kommt mir wirklich so vor, als sei er schon, was weiß ich, WM 2006 bei Polen dabei gewesen. So. Aber der hält einen Elfmeter, deswegen Wales raus. Polen mit Lewandowski in die Horrorgruppe. Frankreich, Niederlande, Österreich, Polen. Ja. Interessante Gruppe, vor allem weil die Polen, genau wie die Österreicher, dann auch in Berlin spielen, was natürlich anreisemäßig ein Traum ist. Ja. Ich muss ehrlich sagen, also gar nichts, dass Polen jetzt bei der Europameisterschaft ist, aber ich hatte halt extrem Bock auf Wales in Berlin. Hatte ich halt extrem Bock drauf. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, die Wege sind kurz. Die Wege sind kurz. Ich glaube, das wird auch so. Und ich meine, es gibt ja nun auch nicht wenige Leute mit polnischem Hintergrund in Berlin. Das wird schon. Ich glaube, das wird schon cool. Also mich freut es. Aber ich habe eh einen Softspot für die polnische Mannschaft. Immer schon. Dann Ukraine. Ja. In einer Gruppe mit Belgien, Rumänien und Slowakei, wo man schon sagen kann, da kann man schon mal ein guter Gruppendritter werden und weiterkommen. Ich sage mal so, es klingt nach einem extrem harten Kampf in Nations League Gruppe C. Okay, aber Mudrik fand ich interessant. Macht das entscheidende Tor. Er schwimmt sich auch so ein bisschen frei, habe ich so das Gefühl. In der Premier League ist er langsam angekommen. Kann natürlich nichts dafür, dass Chelsea so unfassbar viel Geld für ihn ausgegeben hat, aber... Das gehört halt dazu. So langsam, aber sicher liefert er auch sportlich Schlagzeilen. Und man darf nicht vergessen, Ukraine bei der letzten EM immerhin im Viertelfinale. Ja. Also, du von den Einzelspielern her, viel mehr kann ich dazu dann auch nicht sagen, aber von den Einzelspielern her, würde ich schon sagen, in der Gruppe dann auch, wenn du Slowakei und Rumänien dabei hast, durchaus eher Favorit als nicht. Ja, gehe ich mit. Und dann haben wir den letzten Teilnehmer sozusagen. Gestern Abend hat Georgien im Elfmeterschießen Griechenland bezwungen. Ja. Das erste Mal bei einer Europameisterschaft. Sensationell, wie Stefan Raab sagen würde. Ja, sensationell. Die Bilder aus Georgien waren fantastisch, wirklich fantastisch. Und jetzt in einer Gruppe mit Portugal, Tschechien und Türkei. Ja, ich meine, manchen natürlich traurig, dass es jetzt nicht zum Duell Griechenland-Türkei kommt. Wird sicherlich nachgeholt. Aus Sicht deutscher Innenstädte, die so ein bisschen um ihre... Um ihre Architektur... Fürchten vielleicht nicht schlecht. So, aber Georgien, schon eine interessante Geschichte. Damit gibt es immerhin einen EM-Debütanten bei dem Turnier. Schon cool. Und die schönste Geschichte daran natürlich, dass der Trainer, den wir natürlich alle noch kennen, Sanyol, mit Vornamen wie heißt? Willi. Natürlich. Ein Willi ist Trainer bei den Georgiern. Das ist für mich eigentlich tatsächlich die Geschichte des Sommers, jetzt schon. Und bei den Georgiern, sie haben natürlich hier Neapels Mann, den ich jetzt, um mich nicht zu blamieren, Quaratsquelia, haben sie wirklich einen Superstar? Ja. Und dann dachte ich, als wir vorhin kurz die Zusammenfassung gesehen haben und ich gesehen habe, dass Boucherlackes von Hertha bei Griechenland zum Elfmeter angetreten ist und natürlich verwandelt hat. Aber ich dachte, okay, wenn Boucherlackes immer noch Nationalspieler ist, dann... Dann hat Griechenland auch ein Problem. Dann verstehe ich auch, dass es sportlich eng geworden ist für die Mannschaft so. Ja. Muss man dazu sagen, ich war geheimer Mikau-Tatze-Fan, der später eingewechselt wurde bei den Georgiern, weil der mal eine fantastische Saison in der zweiten belgischen Liga hatte. Logisch. Was ich auch nur... Der hat bei Serain gespielt, was ich auch nur weiß, weil er sich das ganze Jahr mit Dennis Undaf um die Torjägerkrone gebettelt hat. Ah, okay. Das war so ein Fernduell. Du hast ihm die Auge gelegt. Nein, nein, nein. Aber seitdem verfolge ich halt die Karriere, weil ich halt denke, okay, okay, Dennis Undaf ist ja schon ziemlich geil, aber da gibt es einen, der ist fast genauso gut. Okay. Den muss ich mir mal genauer anschauen. Weißt du, wo der gelandet ist mittlerweile? Ich glaube, in Metz. Ah, okay. Ja. Ja. Werde ich im Auge behalten. Hat den Elfmeter verschossen übrigens. Ah, okay. Er hat den Elfmeter verschossen. Ja. Okay, tragisch. Naja, ich glaube, fünf Minuten später war es dann auch schon wieder scheißegal. Auch scheißegal. Stimmt. Ich war gerade falsch abgebogen. So. Wir freuen uns also für Georgien. Ja. Und ich weiß nicht. Gibt es ansonsten noch irgendwelche Themen, die wir jetzt nicht abgegrast haben? Äh, ja. Ähm, an diesem Wochenende kommt es zum NFV-Pokalfinale. Ah. Morgen Abend. Meppen gegen Lohne. Oh. Einer von uns beiden ist dabei. Ihr könnt ja mal gerne raten, wer. Ja. Ich freue mich wirklich, ich freue mich wirklich wahnsinnig drauf. Das wird ein gutes Wochenende, Max. Das wird ein richtig gutes Wochenende. Das wird ein richtig gutes Wochenende. Aber die spielen morgen Abend? Mhm. Auf einen grünen Donnerstag. Auf einen grünen Donnerstagabend. Okay. In den Karfreitag rein. Und jetzt aber schon Pokalfinale. Ist ganz schön früh, oder? Ja, ist ein bisschen früh. Liegt unter anderem daran, dass der NFV ja zwei Startplätze im DFB-Pokal zu vergeben hat. Ja. Und früher haben sie das durch eine ganz seltsame Regelung gemacht, indem sie quasi den Pokalsieger in den DFB-Pokal geschickt haben und dann den besten Nicht-Pokalsieger aus Niedersachsen, der unterhalb des Tabellenfünften der dritten Liga angesiedelt war. Denn die sind ja direkt, und dann war es halt meistens irgendwie Eintracht Braunschweig oder der VfL Osnabrück. Ja. Und das haben sie dann irgendwann geändert und haben den NFV-Pokal gesplittet. Einmal in einen sogenannten Profitopf, wo alle Regionalligisten und höher quasi spielen. Jackpot für Meppen. Jackpot für Meppen. Und dann in einen Amateurtopf, wo nur die Mannschaften, die Clubs spielen, die Oberliga oder darunter spielen, bis hin zum Bezirksbereich, weil dann spielst du wieder im Bezirkspokal. Bezirks-Pokal, ja. Und genau, das heißt, der Amateurverein, der dieses Jahr dann den Amateurpokal gewinnt, ist auch im DFV-Pokal. Ach krass. Und wann ist da Finale? Finale weiß ich gerade nicht, aber das Halbfinale ist am 1. April. Und gibt es da noch eine wirklich niederklassige Mannschaft, die dabei ist? Ja, der SC Melle. Tabellen Dritter in der Landesliga Weser-Ems. Oh. Und die haben einen Verteidiger, der ist ganz gut. Ja? Ja. Ah, okay. Ja, schauen wir mal. Ich werde mir auf jeden Fall das Spiel machen. War der mal beim SV Meppen auch? Ich glaube schon. Und hat der auch nochmal woanders gespielt? Wie heißt die andere Truppe da? Ist das so eine Art Legionär? Ach. Gibt es in Melle aktuell irgendwie einen guten Mezen, der da ehemals hörklassigen Spielern ordentlich oder eine Ausbildung vielleicht auch organisiert oder so? Oder ein Auto stellt? Nee, nee. Davon kann ich nichts erzählen. Jedenfalls, da werde ich auch zugegen sein. Ostermontag. Okay. SC Melle gegen Atlas Delmenhorst. Freue ich mich sehr drauf. Oh. Da freue ich mich wirklich sehr. Wird aber schwer, oder? Wird schwer. Atlas Delmenhorst spielt. Die spielen dann Oberliga. Die spielen Oberliga. Ja, also das, da müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Aber vielleicht, Pokal hat ja bekanntlich. Seine, die sogenannten eigenen Gesetze, ne? Exakt. Da zahle ich gerne für. Darauf muss Melle bauen. Ja. So, dann, achso, aber jetzt gibt es noch einen Nachtrag, wenn wir schon beim Thema Meppen sind. Ich glaube, deswegen sind wir überhaupt beim Thema Meppen, oder? Achso, ja. Felix muss dazu was sagen, oder? Oh, genau. Ich habe noch ein kleines Geschenk zu verteilen. Und zwar haben wir einen kleinen Nachtrag zur Kurven-Show. Wir haben nämlich drei Einsendungen aus Meppen. Einerseits vom, ja, es sind aber HSV-Fans hauptsächlich, vom, ja, ich glaube von der spannendsten Liga, die ich je gesehen habe. Das ist die zweite Bundesliga der Frauen mit einem unfassbar spannenden Aufstiegskampf. Die ersten sieben kämpfen, also die ersten sieben von zwölf kämpfen um den Aufstieg in die Bundesliga, unter anderem Meppen gegen Hamburg. Das war das Spitzenspiel. Meppen als Tabellenzweiter hat den Tabellenführer empfangen und ihn 4 zu 0 nach Hause geschickt. Ist das vielleicht eine sogenannte Machtdemonstration? Ich denke, man kann von Machtdemonstrationen reden. Auf jeden Fall hat es Tom bis auf das Wetter gut gefallen. Dort 5000 Zuschauer, übrigens neuer Rekord für die zweite Bundesliga der Frauen. Ein besonderes Spektakel. Und auch die Herren des SV Meppen waren unterwegs. Und da war Petra beim Spiel gegen Phoenix Lübeck. Musste dabei sehr viel an dich denken. Hat es genossen. Und hat... Oh ja, da saßen wir nach dem Spiel damals. Ja, ja, ja. Das war nicht schlecht. Sorry, Felix. Alles gut. Und sie hat dieses Sitzkissen. Sie hatte einen sehr freundlichen Nebenmann, der ihr alles über den SV Meppen erklärt hat und dann sehr schnell abgereist ist. Und dieses Sitzkissen ist auf seinem Platz geblieben. Meldet euch, wenn ihr... Ja. Das ist eins der neueren Versionen. Wasser abweisen? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist noch nicht alt. Also das Sitzkissen, würde ich sagen, gibt es erst so seit drei, vier Jahren. Ist das neue Design. Jedenfalls sagt sie, sie schickt es dir gerne, wenn du es haben. Ich habe mein eigenes, bin ich ganz ehrlich. Aber vielen Dank. Okay. Aber wenn es jemand vielleicht vermisst und gerade das Themenfrühstück guckt, dann melde dich doch gerne. Du hast nicht wirklich ein Sitzkissen, mit dem du dir mal hingehst, oder? Ich schließe ein Sitzkissen. Ja, wirklich krass. Aber meistens nehme ich es nicht mit. Ja, ich freue mich drauf. Wird ein schönes Wochenende. Müssen wir überhaupt irgendwas sprechen? Gehst du eigentlich zu Hertha am Wochenende? Ja, aber selbstverständlich. Ah, aber selbstverständlich. Samstagabend. Nürnberg. Vielleicht doch noch mal ein bisschen schnuppern. Ein bisschen schnuppern. Fabi Rehse hat ja in einer Talkshow, bei der auch Mia zugegen war, angekündigt, dass er schon noch dran glaubt. Okay. Ja, also geh mal hin. Aber wir haben jetzt halt so überhaupt nicht in die Kommentare geguckt. Ich weiß nicht, ob da irgendwie sich Leute übergangen fühlen. Na, ich gucke noch mal kurz rein. Du kannst ja... Tadel. Also ja, Samstagabend 20 Uhr wird, glaube ich, bestimmt wieder recht voll. Ich meine, ein Osterwochenende als Auswärtsfans in Berlin. Viel besser geht es ja wirklich nicht. Dann auch noch auf den Samstagabend. Und gleichzeitig sind ja diese, die Wochenenden mit großen Feiertagen in der Stadt irgendwie auch immer schön, weil es leert sich irgendwie so ein bisschen auch, weil sehr, sehr viele Leute, Auswärtige zu ihren Familien woanders hinfahren. Und dann ist immer eine besondere Stimmung. Weihnachten, Ostern irgendwie immer ganz schön. Das stimmt. Ich gucke hier kurz rein. Das Finale der Amateure in Niedersachsen, für alle, die das interessiert, findet natürlich am Finaltag der Amateure statt. Logisch. Nicht zu verwechseln mit dem Tag der Amateure. Das ist was völlig anderes. Hier wird auch kurz eingeworfen in der Landesliga Weser-Ems. Jetzt geht es aber richtig tief. Stimmt. Gleich sprechen wir noch kurz über die Bezirksliga Weser-Ems, Staffel 3. Ja. Dann wirst du darauf hingewiesen. Aber da möchte ich mich nicht einmischen, dass es Buchalakis und nicht Bouchalakis heißt. Aber... Boah, manche sagen so, manche so. Ich zum Beispiel, ich sage ja Buchalakis. So. Nein, okay, Entschuldigung, Buchalakis. Merke ich mir. Buchalakis. Okay. Karl-Kanal schreibt, Gruppe C hat mich gerade aus dem Nichts abgegrätscht und von den Beinen geholt. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, Gruppe C. Gruppe C. Dänemark, England, Serbien und Slowenien. Mhm. Mhm. Es wurde generell darauf eingegangen, vielleicht können wir das noch kurz zum Abschluss machen, wie wir die Gruppen quasi ranken. Was ist die härteste, die beste Gruppe? Was ist das am wenigsten attraktive? Dazu habe ich ehrlicherweise nicht alle sechs präsent genug. Ich weiß nur, ich meine, die eine Todesgruppe ist schon relativ eindeutig, oder? Also mit Niederlande und Frankreich, hast du halt einfach zwei, zwei Superschwergewichte und Österreich so eine... Ja, wobei Gruppe B auch nicht verkehrt ist. Mit Italien, Kroatien, Spanien und Albanien. Boah, okay. Ja, stimmt. Das sind wahrscheinlich die zwei, wobei jetzt, wenn du halt Polen noch dazu nimmst, ich würde schon dann eher Richtung Frankreich, einfach weil Frankreich top, top Favorit ist und die Niederländer, Lande und Österreich und Polen eigentlich, es gibt quasi, es gibt keinen, bei der anderen Gruppe hast du halt Albanien, wo du sagst, jede von den anderen drei Truppen muss Albanien schlagen eigentlich, diesen Gegner gibt es in der anderen Gruppe nicht. Dann finde ich Gruppe C tatsächlich auch sehr interessant, Dänemark, England, Serbien, Slowenien, da hast du so eine etwas ähnliche Konstellation, dass drei Teams wahrscheinlich Slowenien schlagen müssen, wenn sie weiterkommen wollen. Serbien ja immer so ein bisschen, na weiß ich nicht, Serbien immer. Keine Turniermannschaft ist. Exakt, du guckst dir immer den Kader an und denkst, boah, der ist geil, das ist ein geiler Fußballer, der spielt bei einem Superverein, der ist super und dann spielen sie und irgendwie läuft nicht so richtig was zusammen. Ja. Dann die Gruppe Deutschland, Schottland, Schweiz, Ungarn. Gefährlich. Gefährlich, okay, lassen wir so stehen. Und dann haben wir noch Gruppe E, Belgien, Rumänien, Slowakei, Ukraine. Das klingt bei allem Respekt ein bisschen mehr nach Nations League. Ja. Für mich, ich meine, es gibt Leute, die genau das jetzt, glaube ich, geil finden. Rumänien, Slowakei, sich 90 Minuten reinzuziehen und im Endeffekt hat ja jedes Turnierspiel die Chance, legendär zu werden, einfach weil es um so viel geht. Ja. Prinzipiell eher ein Spiel, bei dem ich viele knappe Null-zu-Nulls erwarte. Und dann haben wir die letzte Gruppe F, Georgien, Portugal, Tschechien, Türkei. Ganz geil. Aber, also qualitativ, ich meine, Portugal, da ja ziemlich eindeutig Favorit. Aber dahinter ist dann schon interessant auch. Ich meine, Georgien, okay. Dann wahrscheinlich mit Albanien der Underdog. Mhm. Ich bin überhaupt im Turnier, aber Tschechien, Wundertüte für mich. So die großen Jahre waren ja eine ganze Weile vorbei. Spielt Milan Baros noch? Spielt Milan Baros, glaube ich, nicht mehr. Aber sie haben sich so ein bisschen aus dem Tief gekämpft. Und wenn ich an die EM vor mittlerweile dann drei Jahren denke und an Patrick Schick, der aus 50 Metern mal eben ins Tor getroffen hat und an die mir seitdem im Gedächtnis gebliebenen Sofall und wie heißt der andere Mann von West Ham? Klussek. Klussek, Klussek. Jetzt schon auch wieder Qualität in der Truppe, ne? Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ansonsten würde ich sagen, ganz geil ist doch ein schönes Stichwort, um diese Sendung zu beenden. Wenn ihr es auch ganz geil fandet, dann lasst doch gerne einen freuen. Und ansonsten sehen wir uns morgen hier wieder mit dem Spieltagstipps. Denn es ist ja eine kurze Woche. Also, macht's gut. Tschüssi. 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 Tschüssi.